Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal Dragon's Dogma 2 auf meiner alten Möhre mit der RTX 360. Ich bin jetzt hier in der Charaktererstellung. Ich könnte jetzt hier einen von diesen vorgefertigten Charakteren nehmen. Das tue ich aber nicht. Nein, das tun wir nicht. Wir nehmen natürlich hier einen Selbsterstellten. Ich möchte einen Selbsterstellen. Ich bin mal gespannt, ob mein Rechner das mitmacht, ob es überhaupt spielbar ist. Basiskörper, weiblich, hier dieses, weiß den Namen nicht, Katzenwesen. Ne, wir nehmen hier den da. Ich muss den noch verfeinern. Die sind klein. Oh, meine Körperform. Da ist sie. Ob ich nehme, ich weiß auch noch gar nicht welche Klasse. Ich nehme hier einfach mal, ist das der kleinste? Ne, der ist so mittel. Ich nehme den da. Kopf. Uiuiui. So viele Köpfe. So viele Köpfe. Etwas älter schon. Ja, der soll ja schon erfahren wirken hier. Der gefällt mir ganz gut. Ist das alles? Ist das alles? Alles? Ja, der sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Ritter. Der eher nicht. So ein edler, edler, guter, guter Ritter. Ne, 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 ne. Der da. Ich glaube, der da ist es. Ja, ich möchte ihn weiter anpassen. Körpergröße. Machen wir uns mal ein bisschen größer. 1,80. Rumpflänge. Ey, das lassen wir so. Muskelstil Typ 2. Dann Typ 1, Typ 10. Ändert sich da was? War doch da so ein bisschen am Bauch. Also ein bisschen leichte Bauchmuskeln kann man sehen. Wenn ich das schon nicht im echten Leben habe, dann kann ich es auch hier. Ich sehe da keine Veränderung, ehrlicherweise. Doch, 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 doch. Ein bisschen. Aber ganz schwach. Größte Trapezmuskel? Ne. Ne, ne, so ist gut. Oberkörpermuskulatur. Dünn. Kräftig. Ja, so. Irgendwo in der Mitte. Unterkörper. Beine. Immer was dünn. Ne, zu dick. So, ist gut. Aber größer. Wupp. Ja. Der dicke Sixpack-Bauch. Der dünne Sixpack-Bauch. Machen wir was dünn. Uh. Ne. Ne, 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 ne. So. Das sieht gut aus. Die Kategorie Körper folgendermaßen ändern. Auf Standard zurücksetzen. Nein, ich möchte das, was ich ausgewählt habe, möchte ich, ach alt, bestätigen. Detaillierte Anpassungen. Das hatten wir doch eben Kopf, Größe Kopf. Das machen wir alles gleich. Wo kann ich denn hier? Körperhaltung, Bewegungsstil. Seht ihr da einen Unterschied? Ich schreibe mir mal in die Kommentare, ob ihr da einen Unterschied seht. Ich sehe da nur eigentlich, dass er ein bisschen schneller läuft. Oh, so ist gut. Kniewinkel, Körperhaltung. Äh, Laubbahn. Oh nein. Dieb, Magier. Ne, Magier nicht. Bogenschütze. Kämpfer. Ich glaube, zum Einstieg, äh, probiere ich einfach mal den Kämpfer. Können die ja noch ändern. Und die Stimme. Tapferer Held. Guck mal, kann ich mir die anhören? Umsatz wäre ganz toll. Also, vielleicht sind meine Ohren auch einfach zu alt. Das große Unterschied höre ich da jetzt bis auf die Tonlage. Ehrlich gesagt nicht. Aber ich nehme einfach mal hier. Edler Ritter 3. Die goldene Mitte. Name. Wie sieht er denn aus? Der große Kämpfer. Ich nenne ihn mal. Wie nenne ich ihn denn? Ähm. Ähm. Halkor. Halkor ist gut. Spitzname. Was ist der Spitzname? Hagar? Ach, Halkor. Guck mal. Alter, der sieht jetzt nicht aus wie 20. Den machen wir mal, äh, 104 Jahre. Ne, dafür sieht er noch zu gut aus. Wir machen ihn mal. Ja. Ich glaube. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Machen wir ihn mal. 43 Jahre alt. Bestätigen. Charakter fertigstellen und fortfahren. Ja, das machen wir doch glatt. Ähm. Nein. Äh. Wo kann ich denn? Wie kann ich denn? Wie komme ich denn zurück? Zurück. Rechte Maustaste. Haarfarbe. Gibt es das nicht? Haarfarbe? Ach, hier oben. Kopf. 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 Lange. 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 Also das Kopf. Haut. Augenbrauen. Augen. Hm. Haare. Frisur. Da ist er noch. Ich bin natürlich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, das geht. Nee. Nee. Nee, Freunde. Nee, Freunde. Das geht so nicht. Das sieht alles ein bisschen, äh. Wobei das schon, äh, hier der Realität wahrscheinlich mit 43 sehr nahe kommt. Na, halb glatze. Na, halb glatze. Also, die Frisuren sehen schon mal kacke aus. Nee. Das war die Haarfarbe, das wollte ich nicht. Ich glaube, wir nehmen, äh, wo ist er? Diese Frisur. Ah, das sieht einigermaßen vernünftig aus. Farbe. Also, ich weiß nicht, irgendwie so realistische Haarfarben, äh, habe ich bis jetzt noch so wirklich in keinem, das sieht, in keinem Spiel erlebt. Das sieht immer irgendwie aus. Als hätte da jemand, äh, zu tief in den Farbtopf geguckt. Außer man geht natürlich ins Dunkle. Das sieht doch gut aus. Was ist denn das? 174. Dann nehmen wir da mal die gleiche. 174. Oh. 174, muss ich mir das jetzt merken? So. Ihr macht mich, ihr macht mich fertig, Freunde. Ihr macht mich fertig. Bart. Da ist er. Ah, guck mal an. Da kann man sich hier so ein bisschen anschauen, wie sie denn so aussehen würden. Wer gefällt mir? Ich glaube, das ist sogar der, den wir hatten. Und dann nehmen wir hier die 174. Damit es einigermaßen gleich aussieht. Würde ja, wäre ja sehr bescheiden. So. Abschließen. Kann ich ja irgendwie näher heranzoomen? Nee. Kann ich nicht. Wirklich drehen. Ist auch so eine Qual. Ah, ich weiß nicht. Ja, hm. Ja, doch, komm. Die Farbe von den Haaren ist zwar ein bisschen hell für 43. Schon so leicht gräulich, aber das ist ja vielleicht gar nicht verkehrt. Bestätigen. Und dann würde ich sagen, wir fangen, steigen mal direkt an. Ein. Steigen mal an. Ein. An und ein. Ein und an. Und schauen mal. Ja, und? Mir gefällt dein Gesicht auch nicht, Freund. Und? Ich bin doch gar nicht auferstanden. Mal die Kamera ein bisschen runter. So. So sieht das viel besser aus. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn es einigermaßen gut läuft. Ich bin jetzt nicht so der Grafik-Fettisch-Schiss. Das soll schon einigermaßen ansehnlich aussehen. Aber ich wünsche mir eine Open World mit vielen Aufgaben, vielen Rätseln, die ich lösen kann. Das wird mir sehr gefallen. So. Das ist... Ich fürchte gar nichts. Weder dich noch den Tod. Wird nicht, Messel. Drei Tage hier. Dann wird dir für die Todes süße Empfehl. Wird bestimmt gut. Und natürlich bin ich gespannt, wie sich mein Rechner schlägt. Komm along, you feckless Dollars. Die GeForce RTX 3060. Die hat ja nur 6 GB RAM. Das könnte spannend werden mit dem Spiel, weil in den Einstellungen war jetzt schon mal alles rot. Und relativ niedrig. Ich komme ja mit, du eine oder mehrere Add-ons hinzugefügt. Du wirst im Laufe des Spiels Zugang zu ihnen erhalten. Aber so schlecht. Ich habe bis jetzt noch kein Let's Play auf starken Rechnern gesehen. Ich habe ehrlich gesagt mich noch gar nicht, noch gar kein Let's Play angeschaut, um mir die Vorfreude nicht nehmen zu lassen. So schlecht finde ich sieht das jetzt gar nicht aus. Gut. Stein ist jetzt auch nicht so, dass... Kann ich da rein? Ist da was? Ne. Stein ist jetzt nicht so die grafische Herausforderung. Aber hier die Reflektionen vom Wasser. Trotz niedriger Einstellung sehen doch schon gar nicht so... Gar nicht so verkehrt an. Hallo. Du willst nicht mit mir reden. Und doch bestimmt auch rennen. Schauen wir mal. Noch nicht. Keiner redet mit mir. Irgendwas einzusammeln. Ach ja. Ähm. Falls hier jemand dazu stolpert, der mich nicht kennt. Ich bin ein kleiner Sammler. Das heißt, ich muss überall schauen, ob ich nicht irgendwas abgreifen kann. Glaube aber, wenn ich das richtig sehe. Die wollen alle nichts von mir. Kann ich nicht ein bisschen schneller laufen, Freunde? Was ist das? Ich kann das nicht erkennen. Kolosseum? Könnte das ein Kolosseum sein? Ja, ist ja gut, Mann. Dann sag mir, wie ich renne. Und ich bewege mich schneller. Kann ich hier irgendwo was einsammeln? Ich brauche irgendwas. Komm schon. Irgendwas. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Wook. 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 Den kenne ich. Der war noch im ersten Teil. Theoretisch könnte man beide Spiele gleichzeitig spielen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, ja. B, A ist D, L. Ach, guck mal. Jetzt kann ich auch ein bisschen schneller. Das wäre nett. Kann ich hier irgendwas einsammeln? Hallo. Ein bisschen dunkel hier. Sind die mir jetzt hinterhergekommen? Hallo, Freund? Nein. Erst einmal versuche ich hier, mich zu orientieren. Und was noch hinzukommt, das darf man nicht vergessen. Ähm, die, die Aufzeichnungssoftware braucht ja auch noch ein bisschen Speicher. Das heißt, meine Grafikkarte ist, äh, wahrscheinlich gerade am Kotzen. Aber das ist mir egal. Ich freue mich auf ein Abenteuer. Gemeinsam mit euch. Viele Rätsel. Äh, ob ich dazu einen Livestream mache, das weiß ich noch nicht. Das muss ich erst testen. Hier muss man doch irgendwo schon... Irgendwo muss doch was... Irgendwo muss doch was sein. Was ich einen Livestream mache, weiß ich noch nicht. Weil, ähm, ich nicht weiß, ob das der Rechner dann... ...mein Rechner mir dann den Mittelfinger zeigt und sagt, nee, nee, Freund. Das kannst du mal knicken. Aber tatsächlich so schlecht es... Ich habe Schlimmeres befürchtet. Viel Schlimmeres habe ich befürchtet. Hier gibt's nix zum Einsammeln. Ja, das ist schön für den, für den, für den Aufseher. Dann werde ich ihn leider töten müssen. Denn ich suche Items. Ich brauche Items. Alles, was es so gibt, will ich haben. Kann ich hier springen? Ja, ich kann auch springen. Guck mal an. Kann ich springen? Nö. Habe ich mich getäuscht? Ich kann doch nicht springen. Es tut mir leid. Wo geht's lang? Freunde der Nacht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ja. Warte, wo muss ich hin? Das weiß ich nicht mehr. Bin ich da hergekommen? Äh. Ich glaube, da bin ich hergekommen. Muss ich da runter? Ja, wenn man so viel labert und nicht aufpasst, hat man immer Probleme. Ah doch, hier ist er. Soll er in die Arbeit gehen? Hebe einen Felsen auf. Da hinten ist die Markierung. Und ich will Abenteuer erleben und nicht Steine schleppen. Ah, eine Laterne habe ich auch. Sehr gut. Ist hier irgendwas? Irgendwas Wichtiges, Tolles zu entdecken? Oder tatsächlich nur Steine? Liegt nichts rum. Gott. Boah, bin ich stark, Mann. Ich bin so stark. Ich habe letztens bei meinem Schwager geholfen, Steine aus dem Garten rauszuholen. Die waren nicht annähernd so groß und wir waren zu zweit. Und das war schwer. Daher halte ich das jetzt für äußerst unwahrscheinlich, dass ich jetzt hier so easy einen Stein rumschleppe in der Größe. Zumal, wenn ich das richtig sehe, ich weiß jetzt nicht. Springen kann ich auch. Mit Stein. Yay. Der Rücken lässt grüßen. Ich das richtig sehe. Ich trage die ja nicht mit den Händen, sondern mit den Fingerspitzen. Ei, 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 ei. So. Hier soll ich es ablegen. Ja. Jetzt kommt der Drache. Hallo. Der will nur, dass ich arbeite. Shit, sprinten. Ah, jetzt darf ich auch sprinten. Das ist ja toll. Uh, eine Hydra. Ne, keine Hydra. Wie heißt sie? Hydra? Hydra ist die mit den mehreren Köpfen. Medusa. Genau, eine Medusa. Medusa, Medusa. Also er scheint, scheinbar gewusst zu haben, dass die hier ist. Eine deutsche Sprachausgabe wäre toll. Auch klar, hau ab du Feigling. So schlecht sieht es nicht aus. Ich kann mich nur wiederholen. Schwert. Schild. nicht alleine Sturmattacke ja, Kiste kaputt oh, Entschuldigung spremmen wir mal die Sturmattacke Paulus Peelen stirb abwärtsend sterben kann teilnehmen objekte mit E Reifen was soll ich denn hier jetzt mit der rechten Maustaste oh, hab ich ihn mal in den Kopf geschmissen tut mir leid na, das kenne ich noch genau, da kann ich hochklettern jetzt klettern wir hier mal äh, nee zum Kopf ich möchte zum Kopf hui was das schon dann macht sie jetzt einen special move die, 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 die Medusa Hydra Medusa die haut ab die Sau weiß ich nicht bin ich unverletzt was Armin du allst fliegst während du bereitst kannst aber nachdem alles die ržst die 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 Der Emperor. Genau. Also ich habe alles vergessen. Bin wohl verflucht. Und ich soll an mich selbst glauben. Nur an mich. Natürlich. Klar, mal sowieso. Ich bin der Beste. Wo ich bin, ist vorne. Und wenn ich hinten bin, ist hinten vorne. Ganz einfach. Ja, ich sprinte. Aber ich würde gerne noch gucken, ob es hier was gibt. Oh, Licht. Sonne. So schlecht sieht das nicht aus. Ja, nicht. Springen. Hui. Schwarter Bildtürme. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ah, doch. Hat lange gebraucht. Die mussten ja auch erst mal herrennen. Ist ja ganz klar. Das liegt auf keinen Fall an meinem schlechten System. Da muss ich mich jetzt, äh... leicht erschrecken. Was für ein Greif, da fliegt er davon. Na, da bin ich weg, ihr Schweine. Könnt euren Scheißstein noch selbst bewirtschaften. Ja, ich geh, ja. Ja. Natürlich. Natürlich. Capcom Presents Auch auf die Gefahr hin, dass ich euch auf die Nerven gehe. Da fährt nur zwei Freunde. Ich finde, es sieht jetzt gar nicht mal so übel aus. Was meint ihr? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Was ihr davon haltet. Ich will doch nur landen, Freunde. Also ich habe mit schlimmen, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber ich habe tatsächlich mit Schlimmeren gerechnet. Mit weitaus Schlimmeren. Ja, es ist schon ein bisschen verwaschen. Aber, wie gesagt, mir kommt es jetzt nicht auf die Grafik an. Ja, es sollte jetzt nicht total verpixelt sein so, aber mir kommt es auch auf die Inhalte an. Ich möchte Spaß haben. Quests machen, Aufgaben erledigen, entdecken. Die sehen auch ein bisschen unscharf aus. Wahrscheinlich sieht sie sogar relativ gut aus, aber bei mir halt nicht. Nee. Da spritzt das Blut. Da spritzt das hin und her. Muuu. In der Nähe von einem Lager bin ich wohl abgestürzt. Oder in der Stadt. Was da hinten könnte, könnte ein Dorf sein. Also die Ladebildschirme scheinen... Nee, doch nicht. Doch nicht. Da liege ich rum. Ja, man sieht schon in den Texturen vom Boden und so ist es schon leicht, äh, leicht verwaschen. Leicht verwaschen, ja, da bin ich der Held. Wege fahren, gell? Oh. Oh, der ist im Wasser gelandet. Das ist schlecht. Wie im ersten Teil. Ins Wasser geht man besser nicht. Machen wir, wir holen dich zurück, mein Freund. Wir holen dich zurück. Kein Problem. Zum Riftstone. Was hier passiert ist, ich bin abgestürzt, weil so eine Irre mich mit so einer Riesenarmbrust abgeknallt hat. Beziehungsweise meinen Greif. Oder der Greif, auf dem ich geflogen bin. Ja, weil ich im Greif war. Auf dem Greif. Depp. Ja. Klar. Bin ich verhaftet, oder was? Du hast die Ausgrabungsstätte hinter mir, hinter dir gelassen. Okay. Ah. Ah, es ist annehmbar. Annehmbar sieht das aus. Jetzt nicht high-end. Aber es sieht schon, aber vor allen Dingen, es läuft auch, finde ich. Finde ich flüssig. Gut. Bevor wir jetzt hier ins Abenteuer starten, machen wir genau an dieser Stelle. Ich stelle mich mal in den Schatten, damit meine bleiche Haut hier keinen Sonnenbrand abkriegt. Machen wir einen kurzen Break. Und dann geht es weiter in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis denn. irm. quite gut.